Fangen wir einfach mit dem Geschnipster an, oder? Willkommen zu Tuck the Table! Einem sehr indirekt berühmten Spiel, gell? Es ist eigentlich indirekt berühmt. Du kannst jetzt aufhören zu schnipsen. Du kannst jetzt mit dem Schnipster anfangen. Ja, ist egal, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Okay, sorry. Also, wie ihr es sicherlich schon erraten habt, bin ich heute mal wieder dabei. Seit lange, lange Zeit. Ja, und wir haben gedacht, holen wir uns mal wieder ein gutes Spiel, wo wir schon ein bisschen was davon kennen. Wer das Prinzip nicht kennt, ist es ganz einfach. Ziel den Tisch auf deiner Seite, du gewinnst. Der Gegner verliert seinen Kopf, oder kriegt einfach um. Ja, oder kriegt den Tisch auf den Schädel drauf gehauen. Das gibt es ja auch manchmal. Das ist ein schönes Zweispielerspiel, das kann man auf jeden Fall, wenn ihr irgendwie einen Freund habt, wenn ihr keine Freunde habt, könnt ihr auch alleine spielen. Zum Beispiel ich manchmal, aber egal. Manchmal bin ich auch alleine. Ja, heute bist du jetzt da. Du musst mal gucken, wer muss jetzt welchen Button haben. Ah, ich hab weh, und du hast da oben hoch. Okay. Nein! Halt, 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 halt. Ich gewinne ja auch! Was macht denn meine nach für ein Michael Jackson? Große Köpfe. Ja, geiler Scheiß! Nein! 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 Fack! Nein, selber! Nein, es leckt! Meine Taste leckt! Am Arsch leckt die! aber ja ja jetzt auf anhieb vom tisch also okay nein was ist denn das für ein scheiß nachher machen dass ich gerade im moment weil du bist gerade market player also nächste kunde spieler wrestling job also hast du vergesst hast du vergesst dass wir das letzte mal gewonnen hat ja das nicht deswegen bin ich erwähnt nein doch nicht Ich kann noch hüpfen, warte. Ich hatte dich! Ich hatte dich! Ich hatte dich! Wie sagst du an der Wand? Yeah! Wuhu! Yeah! Ich bin Yoshi. Voll geil, ey. Stoß mit dem Kopf gegen die Lappe. Ach geil. Oh, geiler Scheiß. Lass dich so nicht auf. Wir sitzen, du Sack, du. Oh, was ist das? Oh Gott. Nein, nein, nein. Komm her. Komm her. Gib mir den fucking Tisch. Gib mir doch mal. Das heißt, meins. 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 Boah, Alter. Meins. Fick dich? Meins? Geh jetzt her. Du kannst doch rein. Was? Habe ich eine Wohngravitation angehört oder so? Was geht's hier an? Was läuft denn so der Scheiß? Ich klebe halt an der Denke. Oh Gott. Nein, fuck. Du bist auf der richtigen Seite gelandet. Du Sack. Nicht schon wieder. Doch. Mann, du stoßt das Ganze gegen die Lampe. Fick dich Lampe. Schlappe. Ahhhh. Oh, Alter, voll in meine Ecke. Yeah. Du big heads. Okay. Die Lampe. Die scheiß Lampe. Die Lampe. Die Lampe. Ich weiß, wie ich die Episode nennen werde. Ich werde es die Lampe des Todes nennen. Oh, Alter, das ist so traurig. Bonk. Oh, mit Bällen. Polz. Lol. Lol. Das macht Geräusche. Was? Wie machst du das? Weiß ich nicht. Yes. Ich drücke hier die Schmerkraft. Ich drücke hier die Schmerkraft. Nein, 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 nein. Und jetzt abfringen. Und drück, 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 drück. Oh. Yes. Halt dich jetzt so gelacht, wie ich nochmal auf meine Seite gefallen wäre. Flawless. Ach so gut. Das ist eine Runde. Eine Runde. Na gut. Dann machen wir kurz Pause und wechseln zu einem anderen Spiel. Dann machen wir nicht so ein paar Spiele durch. Dann können wir das auch so machen. Weil dann haben wir eine ordentliche Aufnahme zusammen. Das war jetzt. Hab ich dich. Nein, 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 fuck you. Ah! Loll. Alter, mach den Mut. Woah! Dizzy und Plank und Diggi Dirt. Okay. Mein. What the fuck? Wir kommen auf meiner Seite. Alter, hast du eine neue Kugel dazu. Yeah, ja, ja. Wir sind Mini und große Köpfe. Also wir haben normal große Köpfe, aber unsere Körper sind kleine. No, no, fuck. Boink. Boink. Loll. Alles klar? Nö. Was? Oh, come on. Like a loser. Like a loser. Like a loser. Das war meine Prop Hunt gewesen. Like a loser. Where's the black smack? Und der Kopf ist weg. Oh, er ist wieder dran. What the fuck? Er ist wieder weg. What the fuck? Der Kopf fliegt weg und bleibt der Zauberkopf. Ey, Junge. Ich bin Magier. Magier des schwarzen Chaos, ey. Ah, scheiße. Ich hab die Planke. Ich glaub, jetzt müssen wir noch mal einen machen. Warum noch mal einen? Ja, hey, weil ich dich jetzt endlich mal abziehe, Alter. Das können wir nicht so nicht stehen lassen. Doch, das können wir so stehen. Nein, kann ich nicht. Weil ich jetzt ja anfangen zu gewinnen, dann willst du auch gleich aussteigen, hä? Ja, sicher. Alter, lass mal raus. Das ist so wie bei Happy Wheels. Zusammengefaltet. Was machst du? Ich hab gehackt. Ich hab den Stabilitätshack, aber ich hab ihn vergessen anzuschalten. Scheiße. Ah, ich hab den Tisch. Ja, schöner Tisch. Nein. Alter, wie mach ich den Hack wieder an? Weiß ich nicht. Boizki. 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 Alter, fuck. Nein, ich hab... 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 Das Spiel ist so abgefahren. Ich lebe es. Es ist so doof. Ja. Ja. No. Komm hier. No. Nicht mal wieder. Hör auf, die zusammenbiegen. Komm mit der Strommel. Oh ja. Voll geil. Ehrlich? Nein. Yes. Jetzt wird's nochmal richtig knapp hier. Ich gewinne trotzdem. So? Ja. Okay. Kannste ja machen. Okay. Point. Jetzt steht's Gleichstand. Ja. Dann müssen wir noch eine Runde machen und dann gewinne, oder? Ja. Genau. Du hast Royale hast du gewonnen. King Raw. Cheeseburger. Nein. Hamburger Royale, Alter. Ich hab... Ich hab... Ich hab... Boink. What the heck? Ich war nicht mehr auf der Linie. Du bist gerutscht. Fuck it. Nein. Truck it. Hä? Oder Muffet. Duh. Duh. Nein, Erik. Nein, Erik. Nein, Erik. Fuck you. Fuck you. Ich hab wieder. Hör auf die Zusatzemachtrichtung. What the... No Heads and Long Legs. Das sieht sowas vom Federnplatz aus. Irgendwie. Bonsai. Bonsai. Nein, warte mal. Ey, ich hab den Ampel ins Kopf gehabt. Ach, scheiß. Ach, die Long Legs kamen sogar in der Hälfte vom Gegner schief. What the heck? Big Heads. Big Heads. Alles klar. Cool. Perfektes Tiling. Shit. Alter, ist die so krass mit der große Kopf weg ist. Juhu. Boink. Alter, das wird jetzt ein enger Kampf. Wie sind wir denn aus Tiny Table, Big Heads und Plank? Alter, das ist doch wohl euer Witz. Ah, hab verloren. Okay. Wie, Alter, wie springe ich denn? Wird die Lampe rammeln? Wird die Lampe rammeln? Wird die Lampe rammeln? Wir haben schon sieben Minuten drauf. Ja, gut. Das reicht eigentlich doch für eine Episode. Da können wir so... Wir können ja die anderen Spiele... Ich kann einfach alle hintereinander rumladen. Ja, genau. Könntest du ja auch machen. Passt du das? Ja, dann lasst du das hier. Aufnahme 1 vor 50. Wir schauen einfach mal... Es war auf jeden Fall ihre Spaß zu spielen, wenn man so ein Kumpel suchten kann. Das ist echt gut. Oder man kann es alleine suchten, wenn keine Freunde hat. Ja, klar. Das macht immer mehr Spaß. Ich hab auch mal WrestleJump allein gespielt. Das war nicht so viel Spaß. Wenn sich zweitens aufregen. Ja. Und sich gegenseitig anschreien. Und was auch immer noch alles. Oder ich irre gerne rein Boxen kann. Ja. Hast du mir einmal gemacht? Kannst du ja noch einmal. Das ist zunehmend echt von mir. Ah, ja. Nein, 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 nein. Ich war auch nur Spaß. Ja, gut. Also, damit haben wir das hier beendet. Wir machen nachher, dann machen wir weiter. Vielleicht noch eine zweite Aufnahme. Morgen oder bei morgen. Ja, klar. Mal sehen. Also, Leute. Tschüss. Man sieht sich. Tschau, tschau. Wenn wir in den Ferien oder im Urlaub oder wenn auch immer, wir das kann hochladen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht fährst du schon direkt heute hoch und lass irgendwie Finger von einem anderen Mann oder sowas. Wir haben heute alles an einem Tag aufgenommen. Wir müssen schon gerade die Chance haben übrigens. Ja, klar. Weil jetzt bin ich ja nicht mal da und hab mal einen kurzen Tag frei. Dann geht das auch mal klar. Aber werde ich die ganze Zeit aufnehmen. Natürlich nicht. Wir haben es nochmal schön. Auf jeden Fall. Ich hab gewonnen. Du nicht. Und die Aufnahme ist zu Ende. Tschau. Tschüss.